Die Delilah hat es echt gut, die hängt in ihrem Turm und wir müssen hier draußen mal rumstiefeln. Ich bin gespannt was uns hier erwartet. Wenn hier überhaupt irgendwas ist. Jetzt kam er ja immer zu spät oder haben nie irgendjemand angetroffen. Sieht so aus, es wäre hier gar nichts. Ah Moment, ein Sendemask. Toll, aber wieder ist hier keiner. Den Generator können wir auch nichts machen. Den Turm auch nicht. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Was ist das? Was ist das denn? Unterirdisch? Das ist eine Ausgrabungsstätte. Was geht hier ab? Sehr mysteriös alles. Eigentlich ist hier wieder kein Mensch. Sieht aber ziemlich verlassen aus hier. Das Desk in hier ist ein Mist. Ich meine, es ist wie wenn jemand in eine Rache oder ein paar Sachen aufgeräumt wurde. Dann wäre es vielleicht wieder niedergeknüppelt von hinten. Hey, diese Desk scheint, wo alle die Monitoring geschrieben wird. Nur Dialen und Computer und solle Doodads. Aber wofür? Warum? Auf jeden Fall. Was ist das? Was? Kann man so schlecht lesen. Ja, mal gucken, was er dazu sagt. Ach, das kann man sogar nehmen. Warte, aber erst mal reden wir mit der Delilah darüber. Okay, also hier ist ein Log, das die Bewegung der vier unterschiedlichen Umwelten. Du und ich? Ja, definitiv ich. Und ich glaube auch, du. Was für die anderen zwei? Vielleicht die missingen Mädchen? Wie, sie sind hier noch draußen und diese Leute folgen sie? Vielleicht, es ist möglich, richtig? Aber warum hast du sie nicht gesehen? Ich weiß nicht. Wir sprechen das über und versuchen, wie wir hier rauskommen. Okay, was haben wir denn da? Departure from 2Fox Area. M. Also für Male. Subjekt 4022. Erfreundungsbehaviors. Ausweichverhalten. Vorige Daten nachgucken. What? Copulation. Konflikt mit anderen Mails. Hm, dann nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and sorts of doodads. Holy shit, you don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Seriously, at this stage I believe just about anything. Okay, was kannten wir schon? Was? Irgendwas leuchtet da? Was ist das denn? Ah, irgendeine Art Sensor. Ah, okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna find out. Okay, hast du auf jeden Fall draußen irgendwo? Und gar nicht so weit weg. Mittlerweile wird's dunkler und wir haben schon fast Nacht. Na, hier wird's wieder weniger. Hä? Was ist denn da drinnen? Was ist denn da drinnen? Muss er hier sein oder nicht? Muss er hier sein oder nicht? Ah. Ah. Are you shitting me? What? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments. About the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is- What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah. Okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this- I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Maybe that's what they want us to do. What do you mean? Maybe they're trying to push us to the point where we do something crazy. The grass is dry as hell here. It would go up in a second. Well, now I'm thinking, what if you're right? I-I just don't think we should do anything that we can't undo. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Ah, so fucking wound up! It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver and tomorrow we can figure out what to do. Let's do it with both. So, and now nothing is left here. I think we're not so easy to get away from here. I think we're not so easy to get away from here. What do you think? What are these things for? What are these things for? Where is the wind behind? I just don't understand. What are they doing? What's wrong? What the sound? Oh, my god. Oh, shit. Oh. Um, Delilah. There's smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. Was ist das überhaupt nicht die beste Idee? Das war nicht ich. Was machen wir? Ich weiß nicht, ich weiß nicht was zu machen. Wir haben ein Feuer in den Bäumen, das eine Sache, die ich weiß, wie zu reagieren. Und all diese Scheiße hat mich gefragt, was zu machen. Und was ist das, die es begonnen hat? Was ist das? Die Person, die es begonnen hat? Ja. Wir sprechen über Menschen, die uns hier anschauen, die jetzt die Wurde und alles in uns verbraten. Ich weiß nicht, was zu tun. Außer, weg zu gehen. Ja, weg zu gehen. Ich werde. Tag 77. So langsam habe ich das Gefühl, dass hier unser Henry ein bisschen schizophren anscheinend ist. Weil das Feuer... Wie kann man so schnell ein Feuer legen? Da war doch kein Mensch. Alles sehr merkwürdig. Okay. 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 Ich bin auf meinem Weg jetzt. You know what I just picked up? Uh, no. A fifth of Major Bueno Tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk. Don't do that. I know. I know. Everything has gone to total shit. But... You gotta live a little. You gotta allow, Hank. No, no. You're right, Dee. I can't think of any good reason why you wouldn't want your decision making inhibited right now. My thinking is, I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the Sightfire. Or... I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is, I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Aye, aye, aye. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Yeah, great. Die beeinflusst sich da erst noch ein bisschen. Na ja, wer kann's hier verübeln, nach dem ganzen Scheiß hier. Ich find's sehr merkwürdig. Aber jetzt nachts hier am Wald rumlaufen, so eine gute Idee ist, weiß ich auch nicht. Ich würde einfach mal behaupten, no. Okay, wir folgen einfach mal dem Scheißsignal Ich hoffe, das ist nicht wieder kilometerweit entfernt Okay, das Signal wird schon stärker Wir kommen auf jeden Fall näher Ah, was haben wir denn da? Hä? Was ist das? Ah, ich dachte, ich bin eine Bombe Holy shit Hm Okay Nein Ach du Scheiße Da ist jemand in unserem Turm Holy shit Was ist hier nur los? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang gehen soll Ich bin auf jeden Fall richtig Go, Henry, go Ich bin schon wieder über alle Berge, wenn wir da wieder ankommen Gut, ich bin auf jeden Fall schon mal richtig Weg mit dem Ding Die können uns immer noch beobachten, sonst wäre ja Moment Keiner da Das kann ja nicht sein Was ist der Hölle? Was ist der Hölle? Das ist kein Mensch, ja Was ist denn hier los, ja Was ist denn hier los, ja Oh, fuck Oh, fuck Tag 78 Tag 78 Was ist der Hölle? Was ist der Hölle? Was ist der Hölle? Ich gehe da jetzt Ich gehe da jetzt Wir haben nicht viel Zeit leften hier Und wenn wir nicht finden irgendwelche Antworten Wenn sie uns aus hier wird es in Handcuffs Wir müssen uns zusammen Wir müssen uns zusammen Okay? Wir müssen unsere Geschichte von dem ersten Tag mit den Mädchen zu der Person zu der Wir müssen uns ehrlich sein Und Ja Ich glaube, du bist Ich weiß Wir sind f*** Wir sind